Heute ist Sonntag, der 30. Juni 2024 und damit herzlich willkommen zu Jeden Tag ein Ü-Ei und damit auch zur letzten Folge im Juni. Auch der Juni ist nun abgeschlossen mit diesem Klassik-Überraschungsei. Morgen am 1. Juli, da erzähle ich euch noch etwas Spannendes, also verpasst die Folge morgen nicht. Jetzt gibt es aber erstmal das Klassik-Ü-Ei für heute Sonntag, den 30. Juni 2024. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und bin gespannt, was enthalten ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Heute hatten wir also eine ganz neue Minions-Figur. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Sonntag, natürlich einen guten Start in die neue Woche. Seid morgen unbedingt mit dabei, wenn wir in den neuen Monat Juli starten. Wir sehen uns morgen hier wieder bei Jeden Tag ein Ü-Ei. Lasst gerne einen Daumen nach oben, ein Abo und natürlich einen Kommentar da. Wir freuen uns sehr. Bis morgen. Alles Liebe, euer Stefan.